Liebe Tischtennis-Freunde, heute geht es um das Thema Schlägerhaltung und Griffhaltung. Im Allgemeinen wird zwischen zwei Schlägerhaltungen im Tischtennis unterschieden. Das ist zum einen die Penholder-Schlägerhaltung. Die wird so genannt, weil ihr genau so einen Stift anfasst. Auf diese werde ich nicht genau eingehen, weil diese im deutschen bzw. im europäischen Raum gar nicht so verbreitet ist, sondern hauptsächlich in Asien, sprich China, Japan, Korea gespielt wird. Die andere Schlägerhaltung ist die Shake-Hand-Schlägerhaltung. Diese wird so genannt, weil man den Schläger so umfasst, als würde man jemandem die Hand schütteln wollen. Ihr müsst euch jetzt also vorstellen, ihr habt den Schläger und wollt diesen die Hand schütteln. Auf der einen Seite liegt der Zeigefinger, das ist die Rückhandseite, auf der anderen Seite ist der Daumen, das ist die Vorhandseite. Dabei spielt es keine Rolle, welche Farbe die Belege haben. Wichtig dabei, dass ihr den Schläger nicht zu weit oben fasst, weil ihr sonst verkrampft und wenig Handgelenksfreiheit habt. Ihr dürft aber auch den Schläger nicht zu weit unten fassen, weil ihr sonst kaum Kontrolle habt und die Gefahr wirkt, dass er euch irgendwann auch mal aus der Hand fliegt. Von daher eine lockere, aber nicht zu lockere Schlägerhaltung haben. Stellt euch vor, es wäre ein kleiner Vogel. Wenn ihr ihn zu feste packt, tut ihr ihm weh. Wenn ihr ihn zu locker lasst, fliegt ihr euch eventuell davon. Wichtig dabei, dass ihr den Schläger bzw. die Schlägerkante in Verlängerung des Unterarm lasst. Wenn ihr jetzt das Schlägerblatt etwas zum Daumen neigt, habt ihr einen Vorhandgriff, könnt dann unheimlich gut Vorhand spielen in alle Richtungen. Handgelenksfreiheit ist gegeben. Mit der Rückhand wird es aber schwierig, die Bälle gut und kontrolliert und mit Druck zu spielen. Genauso rum ist es, wenn ihr das Schlägerblatt in Richtung Zeigefinger neigt. Das wäre dann der Rückhandgriff. Könnt ihr unheimlich gut Rückhand spielen, alle möglichen Bälle, Druck ausüben. Mit der Vorhand wird es aber schwierig, vor allem Bälle mit Vorhand parallel zu spielen. Ist fast unmöglich. Also, möglichst auf eine neutrale Griffhaltung achten, dass er nicht zum Daumen oder zum Zeigefinger neigt. Und eine natürliche Verlängerung des Unterarms haben. Das war es von meiner Seite. Christine